Servus Leute, willkommen zu Sparks und Vorhub. Wir sind stehen geblieben hier im Tempel von Augie und seinem Bruder Perfectus. Äh, kurze Orientierung, Goombas jagen wohl. Genau, kann ich hier eigentlich lang? Vermutlich nicht. Ich gehe hier lang. Eine weitere Tafel. Das Meer soll aus den Tränen von Perfectus Friseuren entstanden sein, die vor Freude weinten, während sie seine goldenen Locken kämpften. Ich finde es nach wie vor so mega geil, wie das hier einfach eine Anspielung auf Disney's Jakulus ist. Von dem Zeichenstil her. Wie auf diesen Vasen. In dem gleichnamigen uralten Film. Mega cool. So. Das macht ihr da? Der Teil müsste zwei Tage gehen und acht Stunden geknetet werden. Und Augie legt einfach die Zuckerglasur ab und schmeißt sie weg. Das ist eine Brezel. Die hat keinen Zucker. Sondern Salz oder Sesam. Oder in ganz seltsamen Fällen, wie ich es auch schon gesehen habe, irgendwelche Gewürzmischungen oben drauf. Das ist, äh... Das macht man nicht. Brauche ich irgendwas von dir? Nö, wir haben eigentlich genug. Ciao. Und wieder keine Verweten müssen ausgehen. Ah. 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 Hm? Ah. Haha. Ah. Schnell, wir dürfen den Park des Lichts nicht verlieren. Ohne den Spa können wir nicht in den Leuchtturm gelangen. Genie, das ist wirklich nicht der einzige Grund, warum wir dieses arme Wesen retten sollten. Natürlich. Der Sieg über den Finsterzeit-Tentakel bringt uns außerdem in den Besitz einer der beiden gereinigten Finsterzeit-Energie-Kristalle, die wir brauchen. Allerdings ist die Finsterzeit-Energie-Dichte dieser Kreatur höher als die der Pfützen. Das bedeutet, dass unsere Gegner deutlich stärker sein werden. Egal, wir haben den Goomba mit Topf auf dem Kopf besiegt. Das hat man nun davon, wenn man das Empathie-Modul der KI der Einfachheit halber beim Discounter kommt. Aber wir brauchen noch Goombas. Ich habe jetzt keine Goombas mehr gesehen. Das ist ein bisschen doof. Ich will erstmal hier lang. Danke. Ich wüsste nicht, was Augi dazu bewegen könnte, ein köstliches Stück Käsekuchen liegen zu lassen. Wir sollten auf der Hut sein. Käsekuchen mit Erdbeer. Mh, lecker. Goomba. Endlich. Das müsste auch schon die letzte sein, ne, für die Quest. Wir haben ja letztens mal zwei, glaube ich, gemacht. Dann müsste das die Nummer drei sein. Sieht ja interessant. Oh, 14. Ja, die Goombas sind so viele, ne. Drei, sechs, neun, zwölf. Warte mal. Da muss noch so ein anderer Depp sein. Aber, ah ja, da hinten. Okay. Okay. Los geht. Fliehen. Alter, nur Feiglinge fliehen. Bams. So. Äh, das ist doof, weil... Oh, warte mal. Ich weiß, wie ich das mache. Ich habe eine Idee. Ruhe, in Frieden. Dann würde ich sagen... Entledigen wir uns dieses Vogels da vorne. Aber indem wir uns... Scheiße, das sind die Goombas, ne. Das war jetzt ein bisschen ungünstig. Das war doof. Was ich jetzt gemacht habe. Da muss ich nur das hier machen. Heldensicht aktivieren. Leider einen kleinen taktischen Fehler begangen. Das habe ich verdient. Au, au. Das auch. Oh, yeah. Aber nicht mehr der Trage. Schön, Brasschen gewonnen. So muss das. Theoretisch müsste das die Quest jetzt gewesen sein, ne? Komm schon. Jawohl. Jawohl. Goombay-Jagd. Take-Münze erhalten. Sehr gut. Und hier ist noch ein Kollege. Hi. Wuhu. Wieder Informationen für irgendwas. Zu der Augie. Wisst ihr was? Da können wir ja mal reinhören gerade. Ähm. Ach so, hier. Die Analyse von Augies Persönlichkeitsprofil enthüllt eine Vielzahl von Wesenszügen. Unsicher, aufmerksamkeitsheischend, unverantwortlich, impulsiv, feige, kindisch, gefräßig, anspruchsvoll, unehrlich, mangelnde Hygiene. Am häufigsten werden jedoch Begriffe wie gutherzig und liebenswert genannt. Wie diese Charakterzüge zusammenpassen, ist mir derzeit noch unbegreiflich. Ich werde weitere Untersuchungen anstellen. Mach das. Das genaue Datum seiner Errichtung ist zwar unbekannt, doch der Tempel der Morgenröte scheint ziemlich alt zu sein. Er ist beschädigt, aber erforschbar und gibt nach und nach seine Geheimnisse preis. Ein Geheimgang, der nach Strahlestadt führt, ein mysteriöser Raum voller abgenutzter Töpferwahn und eine Reihe von Wandgemälden, die die Lebensgeschichte des Wächters schildern. Die ich persönlich für geschönt halte. Vermutlich wollte Augie einfach Sympathien gewinnen. Wirklich? Prima Paletti. Okay. Wir haben 17% von Strahlestrand erst. Was? Sparks? 3 von 30. Äh. Ah ne, das ist insgesamt jetzt. Okay. Gut. Hier könnte ich theoretisch wieder runter. Muss ich ja auch. Aber hier kommt auf die andere Seite. Da sieht mich gerade, da ist ein grüner Ring. Wie komme ich denn da rauf? Das ist ja wohl irgendwie... Aber dann habe ich hier durch, ne? Okay. Tempel der Rettung. Los geht's! Machen wir sie platt. Ich frage mich ja, haben wir einen dritten Charakter ins Team bekommen. Das würde die Dinge... Ähm... Erreiche in dem Bereich. Ah ne, Sniper. Äh. Super Effekte. Super Effekte sind natürlich Effekte, die potenziell jeden treffen können und einzigartige Auswirkungen haben. Der Feuer Super Effekt setzt sein Ziel in Brand. Super Effekte sind nützlich gegen Gegner, wenn du auf ihre Unempfindlichkeiten achtest und ihre Empfindlichkeiten ausnutzt. Der Sniper zum Beispiel ist empfindlich gegen Feuer. Er ist ja auch taktisch klug, wenn du einen deiner Helden mit Gluto ausrüst. Das habe ich ja gemacht. Denk immer daran, mit L die Taktik-Camp zu nutzen, um Empfindlichkeiten und Unempfindlichkeiten der Gegner zu überprüfen. Auch das machen wir ja eigentlich immer. Müssen wir erstmal die hier ausschalten. Dann die hier. Ich schaffe das auch nicht, wenn ich hier rüberfliege, ne? So von Plattform zu Plattform. Einfach Damage ignorieren, einfach rüberfliegen. Ja, das geht nicht, weil ich immer nur einen Charakter rüberbekomme. Das ist scheiße. Was seid ihr eigentlich empfindlich? Okay, neutral. Die hat eine Feuerschwäche. Gut. Es ist auch nur eine davon. Ne, hier vorhin sind noch zwei. Boah, das ist was bitter. Okay, das wird interessant, was wir hier haben. Okay. Äh, das ist auch ein Sniper hier. Wer weiß nicht was, dann macht das, äh, Rabbit Peach. Und wir kümmern uns um den hier. So. Jetzt kannst du aber nicht mehr da reingrätschen, ne? Doof. Egal. Doof. Feuerangriff. Feuer! So. Burn, Bitch. Gut. Hätte ich natürlich gleich mal bitten können mit Marios Heldensicht. Hab ich vergessen. Aber egal. Ja, mach du wohl. Ja, kannst du mich treffen? Ja, kannst du. So, du auch. Okay. Ähm. Ja, zwei Schalter müssen uns eh anders bewegen. Aber ich geh mal hier hin. Du musst ein bisschen mehr Power. Dann würde ich sagen, ich mach mal meine Heldensicht an. Let's go. Okay. L-O-L. L-O-L. Warte. Gut. Los geht's, Gegners. Bämst, bämst. Tot. Okidoki. Okidoki. Ah, so triffst du mich nicht, Kollege. Okay. Dann. Gehen wir hier hin. Der kann direkt sterben. Gut, dann stürzt er. Gut. Dann. Müssen wir. Oh, da kommen wir gar nicht hin. Kommt eh noch da hin. Oh shit, ich komm gar nicht zu ihr hin. Ja, das ist ungünstig jetzt, ne? Das ist ein wenig ungünstig. Mist. Ja, mach du nur. Das ist relativ egal. Warte, 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 warte. Ich hole erst mal dich. Okay, dann können wir theoretisch schon da rüber. Oh, warum nicht? Und dann ist die Frage, was bringt es uns da noch den anderen Schaltern zu aktivieren? Wir müssen ja einfach nur durch. Ja, da müssen wir nicht hin. Okay, dann. Mario, fliegen. Gib dich hier hin. Oh. Oh. Mach's ja, geh da weg. Triffst du? Nein. Okay. Aber er trifft. Nicht schlecht. Über das Hindernis hinweg. Er nicht. Sehr gut. Okay, dann holen wir erst den Rabbid Peach nach vorne. Okay, warte. Feuer! Dann. Ja. So, dann holen wir dich rüber. Gut. Macht ihr schon irgendwas? Ja, ihr macht schon. Es sollte aber egal sein, weil wir jetzt den Schalter aktivieren können. Und dann müsste eigentlich... Genau. Dann sollte das eigentlich schon reichen, wenn ich mich richtig positioniere. Und das wäre hier. Weiß mal was für Spaß für den nochmal. Ist ja egal. Heilung! Heißame Energie! Kommt sofort! Und dann sollte der es eigentlich gelaufen sein. Tschüss, ihr Loser! Geht! Nice! Oh! Ouch! Ja, wird Marius verknallt. Aber nicht schlecht. Ja, wird Marius verknallt. Ja, wird Marius verknallt. Mit drei Helden, die auf dem Schlachtfeld kooperieren, sollten wir einen gewaltigen Vorteil erhalten. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, Bibo. In dem Sinne, vielen Dank, für's dabei sein. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen und Abo, da bin ich sehr froh. Das macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.